Herrliches Wetter und beste Stimmung. Besser hätte es das Team des Mehrgenerationenhauses nicht treffen können. Denn dort wurde nun wieder der Tag der Generationen gefeiert. Den zahlreichen Gästen wurde ein vielfältiges Programm geboten. Die Mädchen und Jungen des St. Wille-Hart-Kindergartens hatten einige Lieder einstudiert und tanzten in Schmetterlingskostümen dazu. Musikalisch ging es auch beim Auftritt des Mehrgenerationenchors zu, der mit Evergreens für Stimmung sorgte. An zahlreichen Ständen konnten sich die Gäste über soziale Angebote und Vereine der Region informieren. Die jüngsten Gäste konnten sich auf der Hüpfburg die Zeit vertreiben.